Wähl die Grünen in Rheinland-Pfalz, von Selmkenzi seltsam kennt sie oder deseltsam kennt sie am Sonntag den 27. März 2011 finden in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt und ich empfehle, wählen sie die Grünen. Bei den Grünen kann man nun wirklich nichts falsch machen und es ist meines Erachtens sehr wichtig, dass die Grünen wesentlich gestärkt in dem Landtag von Rheinland-Pfalz einziehen. Im Vorfeld ist ja bereits klar, dass man mit der SPD eine Koalition bilden wird und Kurt Beck soll ja Ministerpräsident bleiben. Es wäre auch für Rheinland-Pfalz sehr gut, wenn Kurt Beck von der SPD weiterhin Ministerpräsident bleiben können. Seit nunmehr 16 Jahren ist Beck in Rheinland-Pfalz Ministerpräsident und hat meines Erachtens sehr gute Arbeit geleistet. Momentan sieht es so aus, als ob die CDU stärkste Partei werden könnte, aber sie werden das garantiert nicht schaffen, die Regierung zustellen, weil dazu einen Koalitionspartner erforderlich werden würde. In Frage käme dann nur die FDP, aber ich habe erhebliche Zweifel, dass die FDP in Rheinland-Pfalz überhaupt die 5%-Hürde erreichen könnte. Meines Erachtens gehört die FDP auf die Müllhaufen der Geschichte. Im Übrigen die Ministerpräsidenten-Kandidaten der CDU ist meines Erachtens für dieses Amt überhaupt nicht kompetent, deshalb gibt es nur eine Alternative, dass die SPD zusammen mit den Grünen die Regierung in Rheinland-Pfalz bildet. Man kann in Rheinland-Pfalz unter der letzten 16-jährigen SPD-Regierung sehr wohl auf Erfolge verweisen. In der alten Bundesrepublik lief Rheinland-Pfalz immer mit der roten Lampe herum, aber es hat sich inzwischen zu einem prosperierenden Bundesland entwickelt. Daran sollte man nicht ändern, und deshalb ist es wichtig, dass die bisherige Regierung in Rheinland-Pfalz auch die zukünftige Regierung sein wird. Ich empfehle zur Wahl aber nicht die SPD, sondern die Grünen. Die Grünen sind sehr zukunftsorientiert und sehr fortschrittlich, und werden im Bundesland Rheinland-Pfalz in der Regierung weitere neue Impulse verleihen. Deshalb empfehle ich bei der Wahl am 27. März 2011 im Bundesland Rheinland-Pfalz, wählen Sie die Grünen. Seltsam kennt sie. Untertitelung des ZDF, 2020 ura Vielen Dank.